So Leute, der erste Tag geht jetzt los. Hallöchen und herzlich willkommen, ich bin Domenico und heute gebe ich euch ein paar Hintergrund-Einblicke in die Küche. Ich schaue, dass ich ein paar Videos aus der Küche film, ein paar Bilder mache und dann schauen wir mal wie der Tag läuft. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. 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 Bis dann.